Sprecher Joachim Eich Sprecher war Volker Barnik Sprecherin Katrin Degenhardt Sprecherin Katja Franke Sprecherin Anja Gavlik Der Sprecher war Volker Hengst Sprecher war Richard Huckel Sprecherin Anja Jatzeschan Sprecher war Jodokus Krämer Sprecher Jan Kemmerer Sprecher war Franz Larkl Sprecherin war Nina Lentfür Sprecherin war Marion Meinker Sprecher war Stefan Naas Sprecherin war Christiane Nothofer Sprecher war Robert Oschatz Sprecher war Reinhard Pede Sprecher war Thomas Pelzer Sprecherin war Agnes Pollner Sprecherin war Christina Pucciata Sprecher Martin Schaller Sprecher Lars Schmidke Sprecherin war Bettina Schulmann Sprecher Ralf Spengler Sprecherin war Regina Spindler Sprecherin war Martina Sturmwende Sprecherin war Sylvia Süstermanns und Sprecherin war Fris Sprecher Christoph Mittelsbürger Sprecherin war Katharina Wolter Untertitelung des ZDF, 2020